Hallo Leute und willkommen zu einer neuen Runde Gunmaster. Ja, es ist mal wieder Zeit für Gunmaster. Für ein bisschen Rumgeballere und ich hab mir jetzt so gedacht, ich werde jetzt immer, wenn ich einsteige, die Runde gleich mit aufnehmen. Denn, äh, hier immer erst eine Runde zu zocken und dann erst aufzunehmen, äh, ist auch irgendwo scheiße. Boah. So, Waffenstufe 2 und weiter geht's. Nein, da waren zu viele. Hohohoho. So, gleich weiter, gleich weiter, gleich weiter. Oh, 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 hier hagelt's. Hier hagelt es. Ich glaube, ich gehe mal hier lieber außen rum. Nachladen, nachladen. Nein! Oh Mann! Der hat mir einen Headshot verpasst, glaube ich. Das ist jetzt ärgerlich. Äh, hier lang. Hier lang, hier lang und dann gleich wieder hinten rum, wo die ganzen Gegner rumgammeln. Oh, mal gucken, was sich hier rumtreibt. Ha! Headshot! Nein! Oh, hätte der andere hier nicht, äh, na? Ein bisschen schneller reagieren können. Nö, 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 nö. Warum auch? Warum auch? Ja, die Runde dürfte relativ, äh, schnell zu Ende sein. So, ich werde mir hier wieder hinten reingehen. Mal gucken, ob ich da irgendwen abfangen kann. Hohohoho. Oh, mal gucken. So, Headshot. So. Geht doch. Ah, ich hab... Das war jetzt ärgerlich. Das war ärgerlich. Den hätte ich eigentlich haben müssen, ne? So. In der Tiefgarage möchte ich mich nicht rumtreiben. Und wenn ich jetzt überlein schon wieder überlege, dass ich jetzt dann bald die Jackhammer habe. Die möchte mir nicht gefallen. Oh. Äh. So, da oben müsste doch auch noch wer sein. Wo gammelt der rum? Also zumindest ist ja einer hochgelaufen. Wo der natürlich ist, keine Ahnung. Ich war doch schon lang vorbei an der Ecke. Ähm. Ähm. Ja. Wir probieren es wieder. Und zwar genau den gleichen Weg hier durch. Wo, 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 wo. So, hinter, hinter, hinter der Mauer verstecken. Was? Boah. Ha. Ey, ich hab zwei Leute gekillt und steig nicht auf. Oder wie? Oder war das noch von der anderen Waffe? Hm. Das ist schlecht. Das ist schlecht. Boah. Boah, das ist in meinen Augen auch ein kleines Problem, dass man hier quasi, ja, die Waffe wechseln muss und dadurch natürlich in der Situation nicht schießen kann. Ne? Na, 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 na. Ja, aber zumindest habe ich, boah, da waren vier, fünf Stück. Da waren vier, fünf Stück, ne, auch nicht schlecht. So, eine noch mit der, mit der MK3 Dingsbums, ne. Also das ist so wirklich meine Waffe, wo ich sage, äh, die ist wirklich lästig. Boah, also die rennen im Moment wirklich im Rudel rum. Ne? Warum auch nicht? Aber ich hole mir die jetzt. Boah, da hat schon einer das Messer, das ist gemein. Ja, aber die nächste Runde, die fängt auch gleich an. Die hänge ich dann wieder mit dran, wie das letzte Mal. Und, ja, ne. Aua. Ich habe mir wehgetan. So. HP regenerieren sich im Moment wieder. Das ist schön. Ah, war ich der Letzte. Naja. Aber so kann es gehen. Aber ich wurde trotzdem, obwohl ich später eingestiegen bin, immer noch achter. Das soll mir eigentlich recht sein. Und, ähm, ja, es geht gleich weiter, ne. So, wir überspringen das Ganze natürlich mal wieder. Ihr müsst wieder, äh, eine halbe Minute mit mir aushalten, ne. Ohne, dass es hier weiter geht. Und ich spiele ja eigentlich immer am Selfen-Server. Ähm, denn auf dem ist so gut wie immer was los. Wann sogar mal eine positive KD. 17.11. Naja, ne. Hahaha. Ist jetzt nicht sonderlich prickelnd, aber... Besser, besser als eine, als eine miese KD. Also hier eine negative. So, komm, lass mich mal weiter. 8 Sekunden. Und dann geht's los. Mal gucken, wie weit, dass wir es in dieser Runde bringen. Na komm, 0. Und es kann weitergehen. Äh, ja, nochmal Operation 925. So, betretener. 5 Sekunden. Bis wir loslegen können. Die Frage ist natürlich jetzt auch wieder, ähm, wo gehe ich denn am besten hin? Wo nicht ja gleich 10.000 Gegner sind. Ähm, da hat man hier Leute, die hinter einem sind. Und was machen sie? Sie deffen einen nicht. Äh, ist irgendwo ein bisschen unverständlich das Ganze, aber naja. Soll eben so sein. Wir holen dann zum Schluss wieder auf. Boah, ey. Und der andere, der andere holt ihn sich jetzt weg. Na, ist klar. Ist klar. Ich balle ihn runter, ne? Aber naja. Boah, 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 boah. Boah, boah, boah. Boah, Gott. Aber zumindest einen mitgenommen. Noch einer. Und dann geht's auf hier. So, geht doch. Aber nur noch sieben HP. Oh Gott. Ja, mit sieben HP, da kann man nicht mehr wirklich viel reißen. So, lass mich mal hoch hier. Oh, Nummer 1. Hilfe bei Kill. Und weiter geht's. Auf der Suche nach den Gegnern. Also, den hätte ich eigentlich haben müssen. Eigentlich. Aber, ja, ihr wisst ja selbst, wie es laufen kann hier. Wieder mal Hilfe beim Kill. Oh, und wieder von hinten, ey. Fuh, fuck you. Oh, ich könnte hier bei Battlefield so schön fluchen. Weil es mich teilweise echt nervt. Also, nicht das Game selber, sondern, ähm, wie ich hier sterbe. So, einmal hier über die Kisten, übers Auto und ab nach oben. Der andere war fast tot, ne? Ah. So. Boah. Einfach nur outschen. Das tut weh, das tut weh. So, einen Gegner bräuchte ich noch. Finden wir den vielleicht hier? Nö. Also wir hätten ihn schon hier gefunden, aber er war schneller. Ich würde gerne nach oben. Denn hier unten stinkts. Oh, der hat schon die ACW, ey. Puh, also so langsam, also die Runde penne ich hier ein bisschen. Ey, es kann nicht sein, oder? Es kann echt nicht sein. Muss ich mich hier aufregen? Also. Ich bräuchte doch nur noch einen. So, wo treiben sich denn die Gegner alle rum? Kommt. Kommt mal raus hier. Geht doch. Oh. Noch einer? Noch einer? Nee, 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 nee. Wow, shocking. Da hat es mich jetzt richtig gerissen. Aber so derbe. Oh Mann, oh Mann. Oh, das war ja einer von mir. Ich habe das blaue Dings nicht gesehen. So, einmal hier hinten rum gucken. Da warten auch gerne mal welche. Klar, wieder Hilfe beim Köln, ne? Muss nur aufpassen, dass hier nicht einer von hinten daherkommt. Ja, das bringt ja auch relativ wenig. So. Vielleicht ist jemand so schlau und läuft hier hinten lang. Ah. Ah ja. Ich frage mich echt, wie die das machen. Ich frage mich so langsam. Ja, das ist, wenn man hier einmal feststeckt, ne? Dann ist die Sache im Prinzip vorbei. So, wo seid ihr? Wo seid ihr? So, geht doch. Zumindest mal auf der Shotgun. Was mache ich denn jetzt hier oben? Hier oben will doch kein Schwein sein. Ist jetzt... Ist jetzt nicht sein Ernst, oder? Ach... Alter! Alter, alter! Alter! Ich häng hier fest! Ey, ich häng hier zwischen den Stühlen fest und komm nicht mehr raus. Das ist auch nett. Boah. Die Waffe ist und bleibt Müll. Ich mag die nicht. So. War da hinten? Ne. Wenn da hinten einer war, dann jetzt nicht mehr. Hier hagelt's überall, ne? Hier hagelt's überall, ne? Und einmal hier lang. Vielleicht kriege ich die Waffe doch noch los. Mal gucken. Und hier lang. Eine schöne Runde laufen. So. Immer schön in Bewegung bleiben. Dann klappt's auch mit dem Nachbarn. Knorr. Puu. Puh, 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 puh. Also ich krieg die Typen mit der MK nie so weg. Nie. Aber wirklich nie. Ah ja, Level 16. Auch nicht schlecht. So. Na, gammelt hier irgendwer? Ne. Guckt Leute, ich brauch nur noch einen Gegner. Rückt raus das Zeug. Versteckt euch nicht. Sind die alle hier in der Tiefgarage oder wie? Weil ich hier gar keine mehr finde. Sieht wirklich fast so aus, ne? Jetzt ist da einer schon wieder Level 17. Hab ich da was gehört? Ich guck jetzt einfach mal. Nö. Ich mag noch nicht, dass es zu Ende ist. Es soll noch weiter gehen. Ich möchte hier noch ein bisschen. Es kann doch nicht sein, dass ich hier keine Gegner mehr finde. Okay. So, wie viel wurden wir jetzt? Elfter. Naja. Nicht sonderlich gut, aber es ging. Ja Leute, das war wieder mal eine Runde Battlefield 3 Gunmaster. Und wir sehen uns im Prinzip zum nächsten Battlefield 3 Gunmaster Sonntag.